hallo und herzlich willkommen zurück zu desolate mit dem uncut freak und der pummelrunde hallo das kam unerwartet aber es kam wir müssen hier ganz schnell raus weil ich habe absolut keine heilsachen mehr und mein essen ist auch fast alle also ich fühle mich voll wohl hier weiß gar nicht einfach stehen und okay ich zwei guten tag ihr lieben was drei da der schon mal platt hier ist lampe gleich alle ich nehme die lampe ja weil ich kann gar nicht mehr also ich halte nicht mehr sehr viel aus ja wir sind ja gleich wieder raus gleich ist alles wieder gut wir rennen auch wirklich in die richtige richtung hier sind wieder zwei leuchte leuchte aus ja moment leuchte an okay wir machen das gut so ein tolles team geht man hier durch natürlich nicht aber hier sind kisten hier rein hier sind kisten ich gucke mal hier rein okay habe ich gesagt ja ich erst mal hier reingeguckt auch nicht ihr habt echt angst vor diesen nie mir mir ich habe nichts mehr hallo mein ich habe gerade jetzt eben meine letzten lebensmittel verbraucht geht es hier raus es geht nicht mehr weiter dementsprechend muss es ja wo ich eine angst das dann gegangen ausgang gefunden ihr müsst links sind treppen endlich wieder normale lampe an machen so nach draußen gelangen und doch noch mal gechillt hier ist ein verrückter macht immerhin fertig hast du sehr gut gemacht von hinten erschlagten apfel ein apfel genau das was ich jetzt brauche so brauchst du jetzt was ich kann ja was geben hast du zufälligerweise irgendwas heil technisches hast du dein essen denn schon aufgebraucht ich habe kein essen mehr und keine heilsachen mehr also alles da einfaches abendessen einfach lecker lecker so moment hast du noch genug zu trinken trinken habe ich noch zehn stück trinken 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 brüderlein trinken verband das gut so müssen wir überhaupt wenn ich mir nicht irre müssen wir jetzt einfach nur den schienen folgen wenn wir die schienen entlang rennen nach süden dann kommen wir mit so machen was jetzt passiert ist einfach dunkel geworden das ist nacht jetzt ja an die man die oase markierten aber ich glaube wir müssen ja theoretisch einfach nur hier die schienen nach süden also zumindest wenn ich die karte ja gut okay wir können auch querfeld einlaufen ja also die schienen okay ja an den schienen ist natürlich vielleicht sicherer wo seid ihr denn da hinten hier oben also schieben ja an den schienen ist glaube ich sicherer sind wir hier schon mal die schienen entlang gelaufen ja nicht hier ach so ja müsste man ja auf der karte sehen und dann kam mir zu und dann war mir platt das war das damals andere spiel hinter dir wer auch immer da vorne leute wo sie hin unter deinen füßen ich merke es gerade ach ja so ein nächt so ein schöner abendspaziergang wir müssen stehen bleiben es ist rot es wäre ja wirklich ziemlich krass wenn wir wirklich im zug lang fahren würde der kämen dann einfach so von vorne waren wir hier vielleicht mit dem mit dem einen auftrag war ja das ach das ist das hier war der der mörder der mörder so moment ist wenn wir jetzt hier die strafe lang fliegen fahren wir dann fliegen dann rennen wir richtung flughafen ah ja da werden wir wieder von soldaten aufgehalten ich muss jetzt erstmal eine runde sachen bei mischer kaufen so wenn wir mal links und rechts gucken ob nicht irgendwo noch werft ihr ich frag mich andauernd was das für ein effekt ist aber ihr schmeißt steine nach mir ja du hast du hast du nachdem was rennst du denn wieder wie ein als wärst du ein gepaart oder so ich habe rennen füße du hast aber nicht ausdauer ohne ende steinschlag deinen kopf getroffen wird schon wieder so wieder sind eigentlich schneebälle ja glaube auch wir machen schneebäß schlag da los hau drauf drauf der goal an dass ich leben also ja ich dachte ich fange den goal an und ein satz mit x das war wohl nix ja ich bin aber auch sehr schnell zu fuß nein du renn ich renne das stimmt klar das stimmt könnte man vielleicht wieder hell werden wenn ich total toll einfach immer weiter links bitte das ist recht du wolltest dass ich in die falle da rein laufung ja klar bis da wird wir schon lange nicht mehr hatten das mädel das kind die oma ist schon lange nicht mehr da gewesen ist ein kind für mich ist das oma mit kinder oma hast du nicht gesagt dass aber genau geguckt das ist noch mal der erfolg ist schalt wenn du grüsten erfolg und dem vieh begegnet und steht da was entscheidet also kind genau ich habe auch noch mal nachgelesen das ist anscheinend ein kind es sieht aus wie eine oma ein bisschen konnte gar nicht egal könnte mir erzählen was er wollte es ist noch mal andere seite ja war ja eine sehr kann man hier noch mal reingucken was hier in dem auto drin ist telefon telefon wo klingelt es denn wenn ich dran gehen legen die eh immer auf ich kann nicht drinnen gehen da sind wir wieder so hier ist doch auch so eine flasche wirft jemand die flaschenpost zu eleonore ein das ist keine flaschenpost ja man soll die man droht post aber egal alles klar ich wollte gerade sagen das ist keine flaschenpost ah toll habe ich gemacht ich habe die dokumente du warst im kontakt hat etwas passiert nein ich bin okay es ist einfach kein signale da unten ich habe angefangen zu worry wir haben angefangen die dokumente zu examinen ich werde dir wissen was wir finden vielen Dank ja underground live erfolgreich yo ho ja 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 da du lecker schuldig du 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 gut du 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 Ich dachte, es war ein Tresher. Aber es war ein Tresher für mich, du weißt du? Ja. Vielleicht bin ich ein Dronter und ein Bum. Aber das ist ein bisschen für mich. Ich verstehe. Ich bekomme das. Ich bekomme das. Kein Problem. Sie haben ein Setup Camp in Ray 1. Sektor 5. Ja, gut. Ihr habt einen Karma? Wann haben die das gefunden? Was sagt mir das denn keiner? Man weiß es nicht. Wir verkaufen. Ach so, jetzt habe ich die Tabletten genommen. So ein Scheiß. Hä? Ich habe doch... Ah, okay. Okay. Das doch. Ja? Ich level gerade. Ach so. Ich dachte, du wolltest was sagen, oder so. Okay. Sehr. Dann nehmen wir das. Anziehen. Ah, schön. Toll. Ich habe Waffentrickkünstler, könnte ich machen. 40% Verdopplungschance bei der Herstellung von Kunai oder Granaten. Können wir den Intendant schon? Der Intendant? Nein. Der sagt mir nämlich nichts und der hat anscheinend Aufgaben für uns. Wer ist denn der Intendant? Hier steht einer, da steht Intendant dran und da kann ich eh drücken für Aufgaben. Ja, da müssen wir gleich mal mit dem reden. Aber ich stehe gerade hier. Wo seid ihr denn alle? Ich bin im Keller. Ich bin auch noch im Keller. Ich muss sowieso was machen. Gar nicht, du stehst hier oben, ich sehe dich doch. Also ist auch... Ist nicht so. Das hier ist kelleriger. Ja, so. Also, okay. Oh. Hey, du riechst jetzt mit denen. Nee, der Mischer, der hat... Der Mischer hat rätselhafte Morde und noch eine verfügbare Blotmission. Die Kirche mit Schwierigkeit Mittel. Der Händler möchte, dass ihr die Vorgänge in der Kirche untersucht. Von den Ansässigen kommen immer öfter Nachrichten über seltsame Ereignisse in der Nähe. Soll ich das auch mal annehmen? Ja, gut. Dann nehme ich das mal an. Geh nehmen. Nehme das mal an. Ich komme ja sowieso da bestimmt nochmal vorbei. Ja. Grundstoff für Granaten und Stahl. Ich bin auch schon über die Kirche des Ereignisses in der Region des Kirche. Und dann, wirklich in der Kirche, einer der Kirche zurückkam. Die Kirche kam. Von den Kirche ist er aus. Er war praktisch auf sein. Er hat nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, er ist traumatisiert. Er hat einen Brotten von Vodka und nicht verleicht. Er hat noch nicht über die Kirche. Ich habe ihn später geschaut. Er hat sich hinterher gegründet. Er hat sich über die Kirche zu stellen. Wir haben uns zu gucken. Hier ist ein Buch. Ah, okay. Wo finde ich denn das Rezept für ein... Wie heißt das? Was denn? Hier so dieses Protektor-Gedönse. Äh, dieser... So ein Rucksack oder hat? Nein. So ein Schutzhalt. Äh, die Räuberjacke. Da, die Räuberjacke. Er hat es da gefunden. Stahl und Hau. Die Räuberjacke finde ich kacke. Eine bessere wäre schon cooler, ne? So. Da habe ich keinen Stahl. Ich muss auch Stahl haben. Kannst du doch gewinnen. Ich habe hier in meiner Kiste, wenn man da Sachen drin hat, die man braucht, dann sieht man da auch dieses Buch-Symbol dran übrigens. Hm. Ah, okay. Das ist ja gut. Hä, was ist das denn? Seltsame Notiz? Komm mal gern. Ich habe eine seltsame Notiz. Ja, das ist von Micha. Den habe ich doch eben angesprochen. Ach so. Ach, der hat die hier runter transferiert zu uns? Ja, der hat die in unser aller Inventar abgelegt. Einfach so? Einfach so. Das ist... Stoff. Bestimmt, da ist Stoff. Und Alkohol. Spiritus. Hab ich. Spiritus. Dann könnt ihr ja gleich mal Dinge damit tun, ne? Hier, wenn wir jetzt die Notiz studieren, und nun? Die muss man studieren. Dann müssen wir wieder mit, äh, dem Mikaré dann. Ich gehe mal hoch. Okay. Ah, mit dem Typen, der am Nordausgang steht. So. Ja, mal gelesen, was da drin steht. Äh, nee, ich habe noch gar nicht nach... Der Himmel zerriss, und Gott weinte. Ich lese mal vor, ja? Ja, ja. Ja. Nein, nein, nein. Wir sind seiner Zuwendung nicht mehr würdig. Und das jüngste Gericht ist, das ist die gerechte Strafe, die wir annehmen müssen, wenn zumindest etwas Heiliges in uns übrig geblieben ist. Das Gericht muss vollzogen werden. Gott hat unsere Welt in sieben Tagen erschaffen, doch an einem zerstört. Der Himmel zerriss, und Gott weinte um uns. Doch vergoss er dabei keine ätzende und giftige Tränen, weil wir nichts Besseres verdient haben. Die Besten von uns haben sich in ekelhafte Geschöpfe verwandelt, die nach Blut und Fleisch gieren. Die Diener des jüngsten Gerichts sind diejenigen, die Gott helfen, die Erde von den Schlimmsten von uns zu befreien. Von denen, die es gewagt haben, zu überleben, die es gewagt haben, auch dieses Mal Gottes Willen zu übertreten. Doch, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, wer bist du dann? Ja, das weiß ich glaube ich nicht so genau. Ja, sicher, sicher. So, ich wollte was herstellen. Schon wieder hier alles vergessen. Dafür muss ich hier hin. So, Stahl habe ich doch jetzt, oder? Soll ich auch mal von dem Biologen ein neues Quest annehmen? Ja, mach du mal alles. Was machst du? Ich kört schon mit dem Ansässigen. Oh, okay. Oh, okay. Can you tell me what you want to know? Mikhail tells me that you returned and we're talking about something happening at the church. Happening? Uh. Uh. I had something to do there. I had to find something. Some abnormal folks swarmed me. They were speaking, but it was nonsense. That I should give up my life. Purge my soul, all that crap. I thought I would just finish my business. I set up for the house that's near the church, and then this awful howl from underground. Right up out of the ground, I swear to God. I bolted and kept running until I couldn't run anymore. If I were you, I wouldn't step foot there. Hm. I see. Thank you. I need to go to the church and figure out what's going on. If you're going, be ready. Those nutjobs didn't look too friendly. Oh. Das klingt ja spannend. Tja. Kirchen-Sektor H6. Jut. Der Typ sieht auch schon ein bisschen aus, als wenn der Bart so angeklebt wäre. Jut. Verfügbare tägliche Mission, dann nehme ich hier Bevölkerungskontrolle mal an. Das klingt was, was wir gerne tun würden. Ich habe Abraham gefunden. Hat irgendwann mit dem Intendanten geredet? Nein. Nein. Wir machen jetzt einfach irgendwelche Dinge, ohne zu sagen, was wir machen? Oder was ist hier los? Nein, ich wähle jetzt einfach nur nochmal den Biologen. Ich habe die... Ja, und was müssen wir da machen? Dann erzähl doch trotzdem, was wir da... Da steht einfach nur Bevölkerungskontrolle. Ich muss jetzt erstmal in dem... Also der sagt nichts dazu. Das sind diese Daily Quests. Moment. Aber da steht doch an der Seite normalerweise, was wir da machen müssen, oder nicht? Hä? Wieso Biologe? Blutproben von den Gorladen gewinnen. Die Einheimischen bitten den Biologen um Hilfe. Auf der Insel sind tollwütige Gorlane aufgetaucht. Sie sind nicht aggressiv, doch ihr Fleisch infiziert die Menschen und macht aus ihnen Verrückte. Der Biologe benötigt Proben und Medikamente, um ein Gegenmittel herzustellen. Die haben wir doch schon. So, Bevölkerungskontrolle der Gorlane. Ja, die hat er ja entgegengenommen. Apfelsine gefunden. Denk ich schon. Was, ich? Nein, die hatten wir schon die ganze Zeit. Ach so, ja. Ja, und was hast du dann entgegengenommen? Ich habe Bevölkerungskontrolle, zwei Gorlane töten. Hilfe für die Wissenschaft. Hat noch jemand von euch eine Apfelsine? So, die Quests habe ich alle. Ach, da unten sind sie. Die sind ganz unten. Und Proben der Flora. Wilde Kartoffel gefunden. Skalnik gefunden. Also. So. Pseudonymer. Sprich doch mal mit dem Lagerintendanten. Ich brauche noch ein Apfelsine. Ja. Doch, keine, glaube ich. Ich gucke mal in meine Box, aber ich glaube, ich habe auch keine. Ich verbrauche das ja immer direkt, um Essen damit zu machen. Ja, das ist so ein bisschen doof. Ich hätte noch ein paar Pilze übrig. Wir müssen den Ingenieur noch berichten. Ja. Ja, da müssen wir aber ja auch erstmal hin. Das kommen wir ja nicht von hier aus. So, dann sprich doch mal mit dem Lagerintendanten. Gerhard. Befreiung. Verfügbar, was? Warte, leicht, mittelschwer, ja, das ist dasselbe. Ach so, ja, dann. Ach. Also, Befreiung wäre, auf Granitschnie hat der Kampf um Terroristen, um Territorien, der Kampf um Territorien begonnen. Die Ansässigen bemühen sich nach Kräften, die blutrünstigen Monster, die verroten und gewissenlosen Räuber und das NL abzuwehren. Ich muss ihnen helfen. Sehr gute Idee. Dann hätten wir noch Nahrungsmittellieferung. Die Ansässigen bitten um Hilfe bei der Nahrungsmittelversorgung. Dann haben wir noch, ach so, das ist auch Nahrungsmittel. Dann haben wir dreimal Nahrungsmittel. Ja, das ist doch super. Da würde ich auch sagen, das Kino, müssen wir bei dem Kino nicht eh verbauen, nee, das Kino ist da, wo das Mädchen ist, ne, wo das einen immer überrascht hat. Ja, die alte Frau, meinst du, ne? Ja, die alte, die, das alte, das alte junge Mädchen. Das alte junge Mädchen, ach so. Soja-Extrakt, ah, okay, zweimal Soja-Extrakt. Ist ja Südstrandkino, meinst du? Hochweizen, Perlgrauben, Kaninchen, okay. Das müsste uns ja alles angezeigt werden, wenn wir da... Ja, Moment, Nahrungsmittelversorgung... Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Sektor F5, oder? Ja. Zwei Gorlan müssen wir töten für den... Ah, das sind diese Pferde, ne? Ja. Rotes Konzentrat, zwei von drei. Ach so, warte mal, die habe ich alle im Lager, warte mal, wir brauchen wir noch. Eins brauchen wir noch, aber das müsste... Hoch. Ich meine, ich hätte auch rote. Das müsste der ja, wenn, äh... Das müsste der ja dann anzeigen. Nee, sobald du es in dein Inventar nimmst, dann verschwindet es. Genau, und ich meine, ich hatte vorhin was, oder war das... Ach nee, es war grünes oder so. Nee. Rotes Konzentrat. Braucht jemand noch grünes oder so? Nein, nein. An wen ging das? An den Biologen? An den Ingenieur. Ah, sehr gut. Gut, ähm, dann müssen wir wohin erst mal? Ingen... Ach so, guck mal hier, grünes Konzentrat brauchen wir aber auch. Hä, das... Ich habe doch gerade durchgeguckt. Hast du gesagt, du hast grünes? Mhm. Wer richtet an den Ingenieur? Grünes habe ich auch noch, warte mal, grünes... Grünes Konzentrat, zwei von drei. Wo ist denn das? Ich habe kein grünes, verdammt, ich habe nur rot und blau. Was ist denn so? Bauteil? Hast du noch grünes hier schon? Ja, Moment, grünes Konzentrat... Du musst es doch, wenn du in deine Kiste guckst, ist überall an den Sachen so ein Büchlein dran, was wir brauchen. Hol das doch einfach immer direkt in dein Inventar, wenn du das dann siehst. Ich habe eben nicht wirklich so richtig in meine Kiste geguckt, lass mich nochmal gucken. Ja, mach das mal. Wir brauchen noch einmal Soja-Extrakt. Grünes... grünes Konzentrat. Und wir können hier ganz viel reparieren, ne? Werkbank und so ein Gedöns, alles. Ja. Reparatur-Aufgaben sind alle fertig. Also, äh, ich habe grünes Konzentrat noch gehabt. Na, Apfelsine hast du nicht. Ne. Gericht an den Ingenieur. Jetzt ist es mal zum Ingenieur. Jo. Ja, sollen wir dann erstmal da in die Gerichte abgeben? Können wir ein, zwei, drei Sachen abgeben? Ja, dann machen wir das doch. Warte. Das ist dann... Das ist dann... Ja, okay, durch. Ah, ja. Wir haben einen Questmarker, richtig. Oder habt ihr habt der... Nee, ich habe auch eine. Wo ist denn der Questmarker? Sind da, ähm, ähm, oben in der Leiste, ne? Weil... Wieso habe ich denn einen roten Questmarker direkt hier über Oase? Weil den ich gemacht. Ah, ja, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Das zum Ingenieur? Ähm, da müssen wir... Ins Dorf... Dingsbums, da. Weil... Wieso zeigt er das denn nicht an? Ja, weil aus irgendeinem... Ach, Moment, die Hauptquest haben wir ja auch noch von dem. Weiß, was dann... Strahl 1. Da ist... Gibt es eine Werkbank. Also, nee. Da sieht man nur... Ich habe eine Frage. Ja. Achso, nee, hat es schon direkt erledigt. Nein, lass das aus. So. Oder, Moment, können wir... Können wir das mit der Rohrpost an ihn senden? Nee. Nee. Okay, du weißt, wo der Ingenieur ist? Gut. Da, wo blau ist. Gut. Haaah. Von wo blau ist. So. Also, ja. Mit 560 Metern. Come on. Der ist im Dorf... Gehen wir mit dem, äh... Luke Wien, Nicky oder so. Gehen wir mit dem weißen Ding da hin? Mit dem weißen... Nein. Ach, komm. Aber das weiße... Und hier ist auch nochmal, wenn er da jetzt gerade querfelt einlauft... Zum Beispiel... Ach, da ist ein Sapsi. Okay. Da sind wir... Aber das leuchtet so schön. Wilde Tomaten. Brauchen wir auch, glaube ich. Nee, Kartoffeln. Wilde Kartoffeln. Da wir jetzt auch. Das ist eine Aubergine. So. Heilkräuter. Wollten und Kartoffeln sammeln. Apfelsine, Mandarine. Geht ihr links oder rechts an dem Ding vorbei? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Äh, oben. Weil ich renne hier unten lang. Wo bist denn du? Bist du da lang gerannt, wo der Hunter ist? Glaube. Vielleicht bin ich auch da, wo der Hunter ist. Ich weiß nicht, wo bist du denn? Das lief jetzt mal wieder gut. Ich renne jetzt einfach an allem, was hier ist vorbei. Es hat ja schon mal mit dem Rutsch nie da geklappt. Also, ich bin da, wo der Hunter ist. Yay! Bleib einfach im Schatten des Felsens, dann kommt der nicht. Ja, ich bin auch, wo der Hunter ist. Okay. Äh, erforschen. So, ich glaube, ich bin an ihm vorbei, vermute ich. Okay. Okay, ich... Oh, Dork! Hier ist ein Golan. Golna. Wie heißt die? Golan. I see you! Yay! Und der hier ist schon da oben rum. Ja. Ja, dann kommen wir mal da runter. Komm doch mal runter spielen, hier. Du bist ja jetzt noch weit... Kommst du jetzt mal hier in die Richtung, oder? Ja, ich hatte gerade noch mit einem, ähm... Du hast gerade noch mit anderen Kreaturen gespielt. Ja, ja. Ja, ja, ich hatte gerade noch mit einem unangenehmen Zeitgenossen der dorkischen Art zu tun. Ich kann hier jetzt aber nicht runterspringen. Naja, du rennst ja sowieso immer, also können wir ja weitergehen. Moment, ich kann hier jetzt nicht runterspringen. Das überlebe ich nicht, glaube ich. Oder doch? Ja, doch. Du hast es ja geschafft! Was? Hast ihn... Ist er tot? Vorsicht hinter dir! Wo seid ihr? Habe ich schon gehört, dass viel... Okay. Hier! Ankerd? Ja, was denn? Du saß... Er ist auch da? Du saß eben so aus, als... Du liefst in der Luft auf der Leiche des Gorlan. Achso, nö, ich hab den Gorlan nur gelootet. Kommen wir oben rum gehen oder unten rum? Ich weiß nicht mehr. Unten rum, oder? Scheißegal. Durch da. Dann haben wir wieder irgendwo eine Klippe, wo wir nicht hochkommen. Ich kann da mittlerweile runterspringen. Hoch! Eben, hoch wäre ja das Problem. Was ist denn das hier? Oh, was? Oh! Eine Kiste. Hä? Ich hab Perlgrauben oder sowas gefunden. Ah, sehr gut. Ah, hier. Hier kann man da doch... Kann man hier nicht drüber laufen? Nee. Heilkräuter! Ach, ist das schön, die einfach mal in der Wildnis spazieren gehen. Ja, so diese Sonntagsausflüge. Die frische Nebelluft hier und so. Wunderbar. Ja, wir würden es Montag. Ja, und? Sonntagsausflüge kann man auch montags machen. Ja. Ja. Wir diskriminieren hier keine Wochentage. Oh, dort. Dort. Du hast das sehr gut geregelt, finde ich. Kann man hier hoch? Nee, kann man hier. Aber hier vorne. Ich bin... Ich eile im Sause-Schritt. Nee. Hä? Was zur Hölle ist das denn? Ich glaub, das geht nicht, Ange. Lassen wir das. Wirst du gerade ja auch zu einem Verrückten? Oder warum sagst du solche Sachen? Nee, hier geht's bloß. Oh, oh. Hier, Anomalie, Anomalie. Ich bin bloß durch so eine Höhle durchgelaufen. Okay. Wo auch immer du jetzt sein magst. Ich bin bei der Kirche und ich glaub, der ankert auch. Was? Wie seid ihr denn da jetzt hingekommen? Hä? Ich, ich, äh, bin... Also, ich bin bei der Kirche. Ich setz mich hier auf die Bank und warte auf euch. Ich kann mich nicht setzen. Der Anker war doch gerade noch hinter mir. Wo ist er denn jetzt hier? Na, ich war ehrgeizig. Ich hab versucht, da hoch zu hüpfen. Immer noch. Ich hab eine Höhle gefunden. Eine geheime Höhle mit lauter Skeletten, aber zwei, zwei Schachteln. Oh! Ja, gut, dass du sowas Toys gefunden hast. Lebst du noch? Da kommt ein Gorland. Nee, wie heißen diese Kroos sind die Krumschen? Grutsch. 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 Grutsch ist hinter mir. Komm schnell her, der hat bestimmt Hausverbot in der Kirche. Ich hab das eine, die eine Packung hab ich, hab ich geleert. Also, ich hab ne Sepsis. Boah. Was? Wieso habt ihr alle was? Hab ich auch was? Ich hab nix. Saki-O-Dose hab ich. Also, ich hab das Gefühl, ich hab in diesem Spiel die besten Abwehrkräfte. Bringst du den mit, oder was? Kommt der jetzt hinter dir her? Hoffentlich. Ich brauche Antibiotika. Äh, Antibiotika? Das hab ich nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht hab ich welche. Geh schon mal rein in die Jute-Stube. Nee, ich hab nix. Ah, ja. Rede du doch mal mit dem Herrn. Aber der Anker ist noch nicht da. Vielleicht dem Händler nicht eine rüberhauen, Alter? Der hat Antibiotika. Wie viel kostet das denn? 1.200. Ja, ich kann mir das leisten. Na, geh da durch jetzt. Du kannst aber nicht. Du kannst. Ich versuch's ja gerade. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal, das geht nicht. So. Sie müssen folgende Gegenstand zur Heilung finden. Oder Schmerzmittel auf Verbandskasten. Eins von beiden. Ja, warte. Ich guck mal, was ich habe. Äh, nee. Das hab ich beides nicht. Geh ich hoch? Ja, ich habe gar kein Heilmittel gerade. Ich bin gerade sehr, sehr... Man muss ja aufpäppeln, ey. Unterheilt. Weißt, ich kaufe mir selber auch noch eins. Bist du jetzt in der Küche? Ah, du hast mit ihm geredet? Oder... Nö, ich kann doch nichts machen. Hä? Was waren das gerade dann? Ah, jetzt. Ah, okay. Was bringt das jetzt? Aufgaben. Keine zugänglichen Aufträge vorhanden. Hier liegt Antibiotika. Ach, toll, Mann. Oh. Das ist ja super. Was denn jetzt passiert? Ich habe mich ums Antibiotika gekümmert. Äh... Was haben wir jetzt gekriegt? Wir haben eine Stufe bei ihm bekommen. Also, was das jetzt genau gebracht hat, bin ich mir jetzt auch nie so hundertprozentig. Ich kann aber auch irgendwas Neues anscheinend. Kannst du bei ihm Aufträge? Gehärteter Stahl und Frio. Was ist Frio? Ach so, das ist für eine Waffe, okay. Festes Gewebe und Jägerjacke. Erreichen sie Rang 2. Uns fehlen noch 225 Punkte. Wir haben ja noch eine Quest von dir. Wir müssen vier Räuber töten. Genau, und dann kriegen wir festes Gewebe und eine Jägerjacke. Die, äh, die, ähm... Äh... Also, die Baupläne dafür. Kennen wir die Jägerjacke nicht schon? Nee, wir haben die Räuberjacke. Ach so, das... Ah, okay. Ja, stimmt. Die Übrige, die ich vielleicht mal anziehen sollte. Ach so, habe ich meine angezogen oder nur hergestellt? Nee, meine habe ich an. Wieso, wieso kann ich ihn hier nicht rennen? Was soll man... Dann machen wir jetzt Familienangelegenheiten, ja? Ich kann nicht mehr rennen. Ja, weil du voll bist. Wahrscheinlich. Ah. Wahrscheinlich. Stimmt. Wie du dich bewegst. Stimmt. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Okay. War hier nicht irgendwo ein, äh, war hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer? Hier drin ist ein Händler... Nee, ein Lagerfeuer war hier nicht. Haben wir doch schon mal gesucht, oder? Guck mal eben, nö, hier ist auch keins. Mh, 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 ja. So, dann müssen wir gerade mal... Ja, ist denn... Was habe ich denn jetzt bekommen, was so schwer war? Wir müssen jetzt erstmal diese Folge beenden, wir sind schon fünf Minuten drüber. Au. Das auch noch. Ja. Dann... Ach, brauchen wir nicht mehr. Auf Wiedergesehen! Tschüss! Ja, bis zum nächsten Mal! Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss!